30 Springer aus der ersten C-130 sind erfolgreich abgesprungen und eine zweite folgt zeitversetzt mit einer Minute. Oh, 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 der hat einen Karschmann. Die Spezialisten vom Jagdkommando haben die Landezone abgesichert und aufgeklärt. Sie sind dafür verantwortlich, dass die anrückenden Truppen keine Überraschungen erleben, soweit das möglich ist. Um Jagdkommando Soldat...